So, 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 YouTube. Hallolo, herzlich willkommen zu Geotestik. Wir sind wieder da, wir wollen wieder eine Runde Geotestik spielen. Drei Runden, unendlich viel Zeit und ich würde sagen, wir legen los, schnell rein in Runde 1. Wir werden also herausfinden, wo wir hier gelandet sind. Schottische Highlands, Isle of Man, Irland, ei, 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 ei. Oder wir sind in 7 Days to Die, wer weiß das schon so genau, nicht wahr, Hula Hoop? Wo wir hier gelandet sind. Hoffentlich kommen keine Zombies. Ah, wir werden schon was herausfinden, nicht wahr? Oh Mann. Erste Runde, ich meine, landschaftlich natürlich ganz stark, nicht wahr? Wir haben auf jeden Fall Bäume. Das ist schon mal gut. Was ist denn das? Eine alte Fabrik oder so? Aha, aha. Hier rauf mit uns. Schöne Straße, nicht? Die ist auf jeden Fall ganz und wow. Also hier mit dem Rad, gut, mit dem Rad würde ich hier wahrscheinlich kaputt sein nach einer Tour. Aber wäre schon mal was Geiles. So, das abzufahren, dieses Feeling, wenn du über den, über die nächste Kurve kommst und dann so eine Weitsicht hast. Das ist immer einfach, ja, ich finde es vitalisierend. Aber Wald ist natürlich als Radfahrer im Dunkeln mit Kurven auch immer gefährlich. Gerade wenn man nicht nach rechts oder so ausweichen kann, die Autos schlecht überholen können, ist das ungünstig. Lustigerweise haben wir Rechtsverkehr. Ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Würde mich wundern. Ne, Linksverkehr. Gut. Und da sind wir bei Peel, nicht wahr? Isle of Man, Castletown. Ja, das hatte ich schon so im Blut, weil wir das vorhin auch hatten. Ne, warte mal, Castletown? Das ist, ähm, äh, Dings, Jersey, oder? Ne, Santellia, Groy. Mal, wo ist denn Castletown, Peel, Peel. Doch Isle of Man, oder? Peel. Wo war denn Castletown? Das war doch was ganz Großes, Castletown. Kirk Michael, Peel, da ist doch Peel. Aber wo ist Castletown? Da unten! Ah, ich hab's nicht gesehen. Blind heute. War kurz verwirrt. Ähm, A1, A3. A3, A1. So. Wir kommen irgendwo an. Hat unsere Straße einen Namen? Kein Namen. Kein Namen. Doch da. Öh, Schild weg. Port Iron. Da waren wir vorhin im Port Iron. Foxtale in die andere Richtung. Wo ist Foxtale? Da. Das nach Norden. Castletown in die andere Richtung. Port Iron in die. Dann können wir jetzt nur gerade hier stehen. So, und wir kamen aus Richtung Port Iron hierher. Bedeutet, aus dieser Richtung. So, und wir starten im Nirgendwo. Aber da müssten wir hier in das Dorf reinfahren. Mal gucken. Ich glaub, alle Geotastic-Fans sind heute verreist, die sonst im Chat rumhängen, nicht wahr? Haben sich die Orte lieber selber angeguckt? So, da sind wir. Port Iron A36. Aha, hier. Dann sind wir hier gewesen gerade. Jetzt sind wir dann hier. Bedeutet, hier sind wir. Dann waren wir eben an der Stelle. Interessant. Oder, nee, hier müssen wir sein. Hier sind wir angekommen. Aber nee, wir waren ja nicht in Kolbi. Wir sind ja in keinem Ort angekommen. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wir fahren südlich gerade. Wie, ich komm jetzt südlich auf diese Ecke? Weil hier ist die A27. Das ist die A36. Hier geht's nach Piel. Hier geht's nach Kolbi. Das heißt, wir kommen von hier. Das heißt, wir waren eben da. Das kann doch nicht sein. Oder waren wir hier? Okay, das müssen wir genau untersuchen. Was steht da dran? Kann man wieder nicht lesen. Haus of Menon and Peelcastle. Geht das nach Westen? Das bedeutet hier hin, nicht? Peelcastle. Wahrscheinlich irgendwo. Peelcastle. Okay. Haus of Menonan. Ob das eingezeichnet ist, weiß ich nicht. Nature Reserve, Dolby, Waterfall, Couch House ist immerhin eingezeichnet. World War One irgendwas. Okay. Jetzt ist natürlich die Sache, da wo ich starte, ist nix. Das heißt, wie soll ich herausfinden, wo ich auf dieser Ebene bin? Oh, kacki. Also unsere Straße geht eigentlich exakt südwesten. So, ne? Jetzt mehr nach Süden als nach Westen. Also ich würde sagen, wenn eher auf diesen als auf diesen Stellen. Und vor uns geht's dann rum in eine länglich gezogene Kurve. Und dann geht's erstmal nach mehr nach Westen. Das könnte so eine Ecke hier sein. Könnte aber auch hier die Ecke sein. Die Straße, die nach hinten weg geht, das könnte das sein, was wir brauchen. Sofern ich die identifizieren kann. Und jetzt geht's aber wieder nach Süden. Ach, ich fahr' ich fahr' ja nach Süden grad. Ach mal, das bedeutet hier. Na gut. Die Straße wird jetzt nicht kommen. Aber wir sind noch nicht so weit weg von der Kreuzung. Jetzt geht's hier eigentlich stärker nach Süden. Das könnte das sein. Na ja, ich glaub' da, wo ich bin, bin ich schon gar nicht so verkehrt. Das ist die Straße, die hier abgeht. Das ist die hier. Dann sind wir hier fast. Hier irgendwo. Und wenn wir gerade ausfahren nach Norden, dann macht sie nochmal einen Knick gleich nach Nordosten. Das könnte hier sein, so ein Knick. Ja, vielleicht da. Oh Mann. Dann geht's rum. Und dann geht's nach Norden. Nordosten. Und dann gibt's wieder einen Knick. Und dann wieder mehr nach Norden. Ich bin unsicher. Ich hab' keinen Orientierungspunkt, nicht? Dann kommt ne Kurve. Und dann sind wir noch mehr im Osten. Bis wir gleich die Straße sehen. 3, 2, 1. Die zu dieser alten Ruine führt. So. Dann kommt nochmal ne Kurve. Das ist das Ding. Okay. Dann kommt die Straße. Zack. Okay. Ja. Puh. Schwierig. Sind Dichte an diesem Kurven-Ding dran? Ich mach' da. Finish. 68 Meter reicht noch. Oh. Eiski-Präuski. Ja, das war... Okay, wir hätten doch südlicher. Südlicher war richtiger. Ah, ich hätte nicht nördlicher klicken sollen. Dann wären wir dichter dran gewesen. Aber es hat gepasst. Ei, 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 ei. Fast verkackt. Aber damit geht es weiter. Nach... Runde 2. Liever... Liever... Lieveraison. Okay. Das... Warte mal, ist hier McDonald's? Dann wär das Mauritius. Oder wie... Nee, wie heißt das? Chateau de... Ja, okay. Das kann eigentlich nur hier... Äh... Reunion. Das mein' ich. Reunion sein. Bei St. Louis der Kreisverkehr, oder? Der hier. Dachte ich. Da müsste eine Shell sein im Norden. Das kann ja nicht sein. Ähm... Aber hier gibt's ja mehr Kreisverkehre. Wir gucken mal. Vielleicht sind wir auch woanders. Reunion? Nee, Reunion passt schon mal. Okay. Müssen wir nur gucken, welcher dieser Kreisverkehre... In welcher Stadt das ist. Dü-dü-dü-dü, dü-dü-dü-dü. Und da kommt noch ein zweiter Kreisverkehr. Kann das sein? Das heißt, wir haben zwei Kreisverkehre hintereinander. Ja. Okay, und das hier sieht doch sehr markant aus. Dass wir das auf der Karte finden mit diesem Hügel und dem Kreisverkehr... Saint-Marie sind wir. Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-Lantager, Saint-Louis, Saint-Pierre. Saint-Marie, da oben. Und das dürfte die Stelle sein? Oder gibt es hier noch was anderes? Aber wir fahren nach Süden in die Stadt ein. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und wir hatten Kreisverkehr und sind auf den Kreisverkehr gefahren. Und das ist die Autobahnauffahrt, nicht? Alles klar. Okay, das heißt, die... Das sind die hier. Und dann sind wir da hier. Gradio du Doppel-Di. Sieht aber irgendwie größer aus, als der hier wirklich ist, nicht wahr? Was haben wir denn da? Den Gautier und das Q. Sehen wir das hier? Das ist im Südosten. Passt nicht. Wir haben eher... Das Ding hier. Aber hier ist kein Kreisverkehr. Okay, ich fahre mal nach Norden. Eine Shale-Tankstelle haben wir ja bei uns. Okay, ich kann nicht nach Norden. Hier ist auch keine Shale-Tankstelle. Ist hier eine Shale-Tankstelle? Hier ist nämlich auch keine Shale-Tankstelle. Das heißt, das können die beiden nicht sein. Vielleicht hier? Bonito? Nee. Das kann er auch nicht sein. Hier, Vitu. Papas. Burger King. Nee, habe ich auch nicht gesehen. McDonald's. Nee. Da ist ein Kreisverkehr. Hier ist ein Kreisverkehr. Das ist Q. Aber hier ist wieder keine Shell. Wie war mein Tag? Sehr, sehr gut. Wir waren einkaufen und dann habe ich ja heute den ganzen Tag gestreamt. Das sieht gut aus. Aber das wäre doch nicht mehr Saint-Méry, oder? Gut, gibt es noch ein anderes Saint-Méry? Vielleicht gibt es ja noch eins. Saint-Paul. Wäre schon aber ziemlich doof, auf einer Insel. Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Philippe. Zwei mal den gleichen Namen zu verwenden, nicht? Saint-Rocé. Brabanon, Saint-André, Saint-Suijan, Saint-Denise. Okay, also Saint-Marie gibt es anscheinend nur dort. Saint-Marie. Ah, vielleicht sind wir eher hier weiter oben oder so. Dass wir doch hier drin sind. Ha. Ist das Frankreich? Ne, Reunion ist das. Livrasion. Okay, wir fahren mal nochmal nach Süden. Also ja, gehört ja zu Frankreich, wenn man es so will. Da kommt noch ein Kreisverkehr. Und dann kommt Leroy Merlin. Okay, wir haben zwei Kreisverkehre. Und eigentlich einen dritten. Wenn ich kurz nach Osten fahre und dann wieder nach Norden. Dann kommen wir wieder auf den Kreisverkehr. Und dann kommen wir auf eine Autobahnauffahrt. Okay, jetzt gucke ich mal nochmal, wo die Autobahnauffahrt hinführt. Das ist wichtig. Die führt nach Benoit und André. Vielleicht sind wir nicht da. Also wir haben zwei Kreisverkehre hintereinander und dann sowas ähnliches. Wir müssen also an der Autobahn sein. Hier ist der Flughafen. Hier können wir nicht sein auf der Seite. Und die Seite passt nicht. Hier ist ja auch nichts. Hier ist nix. Also hier ist südlich halt keine Stadt. Das kann also höchstens hier sein. Leroy Merlin. Hier sind wir. Dann stehen wir an dem Kreisverkehr. Und das ist inzwischen eine Vito du Park. Und das ist ein Burger King. Okay, die Läden haben sich geändert. Von wann sind denn die Bilder? Dann sind die Bilder sehr alt. Das ist natürlich ein Problem immer. Was ich zu spät merke. Da muss ich mal früher immer dann denken. Von wann sind die Bilder? 2019. Oh, vor Corona. Und hallo Zockercraft. Wie lange machst du das schon mit GeoGuessler, dass du so gut bist? Na, richtig gut bin ich nicht. Es gibt wesentlich bessere Leute. Ähm, ich bin nur sehr genau, nicht? Und habe Geduld. Das ist vielleicht meine Stärke, die heutzutage wenig Leute haben. Aber machen tue ich das schon seit... Bestimmt fünf, vier Jahren. Ähm, früher... Also ich hab das auch schon früher als Kind gespielt. Sag ich mal, in der Schule oder so. Wenn uns langweilig war. Ähm. Da gab's ja so ne Spiele alle noch gar nicht. Okay, also das ist jetzt ein Burger King. Nicht mehr ein Q. Und das da ist nicht mehr ne Shell, sondern ne Dings. Aber ich geb mir zumindest Mühe, dass ich's hinbekomme. Das heißt, wir stehen da. Dort. Finish 0,37 Meter. Hohohoho. Guck's dir an. Sehr stark. Wenn das kein Like-Wert ist, weiß ich auch nicht. Aber stark heute. Komm. Zehn kriegen wir noch. Oder wesentlich schlechtere wie du. Ähm, bist du nicht so gut oder findest du dich gut? Das ist ja die Frage. Wo renkt man sich selber ein? Ich glaub, die wenigsten Leute renken sich als gut oder schlecht ein. Ich war. Äh. Aber wir machen erstmal weiter mit Runde 3. Nachdem wir mal Reunion besiegt haben. Oha. Süd. Syr. Ten. Pastillotibes. Oha. Das ist ein guter Startpunkt auf jeden Fall. Und es geht zu 10. Aber ich kann das Land noch nicht sagen. Wir haben Rechtsverkehr. Interessant. Manchmal seh ich die einfachen Hinweise halt nicht. Das ist ganz schlimm bei mir. Du bist nicht so gut. Und dann empfehle ich dir auf meinem Kanal einfach die 60.000 Punkte Folgen zu gucken. Oder die 18.000 Short Varianten, die auch nur 20 Minuten gehen. Die anderen gehen teilweise Stunden. Oder auch alle Livestreams hintereinander zu gucken. Aber man kriegt so ein Gefühl irgendwann dafür, wo man ist. Aber diese Woche sind viele neue Orte drin. Die ich nicht einschätzen kann, nicht? Also sowas wie, wo waren wir ganz vorhin? Ähm, Libanon. Muss neu drin sein. War ich noch nie. Also, auch ganz schlechte Bildführung und sowas. Seht ihr, den hab ich nicht mehr exkludiert. Äh, den muss ich noch rausnehmen aus dem Preset. Also, der fliegt auf jeden Fall raus, ähm, Libanon. Da, da kann man nicht herausfinden, wo man ist. Nicht auch sowas wie Rüsseland hab ich rausgenommen. Da kannst du auch nicht herausfinden, wo du bist. Also, da musst du Glück haben und bei Moskau landen, dass du wirklich vielleicht noch ein bisschen in etwa herausfindest, wo du bist. Aber wenn du im tiefsten Sibirien landest und das geht, da gibt's so zwei, drei Orte, da kannst du nicht herausfinden, außer du kannst kyrillisch. Dann hast du natürlich einen Vorteil. Ähm, ja. Okay. Fühlt sich auf jeden Fall interessant an. America's So More oder sowas? Wo ist denn die Sonne? Die Sonne ist im irgendwo da. Norden oder Süden, kann ich nie sagen. Okay, die Sonne ist kein zuverlässiger Indikator, wo wir sind in den Bildern. Toll. Ja, ansonsten einfach die Hinweise deuten nicht. Die Frage ist zum Beispiel, müsste ich schneller herausfilmen, wo ich bin, wäre ich auch schlecht. Nicht? Also, es gibt so Quick-Challenges. Ah, das hab ich mal versucht. Dann rede ich nebenbei mit dem Chat, dann fragt mich jemand was. Auf einmal sind zehn Sekunden um. Ja, mein Gott, äh, das macht mir keinen Spaß. Deswegen lass ich das immer auf unendlich viel Zeit, nicht? Dann kann ich auch nebenbei so viel quatschen, wie ich will und sowas. Und dann hab ich nicht so den Druck. Ähm. Portugiesischer Damm. In New York. Ja. US Army Corps. Was mich zu Amerika Somor zurückbringt, der Gedanke. Aber ich kann den Rest nicht lesen. River Project Contract Nummer. Third Pass of Engineers Army Corp. Aber ich kann den Rest nicht identifizieren, wo wir sind. Das ist doch aber französisch wieder. Wo soll das sein? Ponce. Oeste. Äh, die haben neue Orte drin, kann das sein? Oeste ist doch irgendwo hier auf einer der Inseln. Äste. Ponze. Oeste. Das hab ich schon mal gelesen irgendwo. Äste. Äste. Oah. Sowas ist zum Beispiel Oranjestadt? Nee. St. John's? Nee. Simpson Bay? Philipsburg? Nein. Long Bay Village? Nein. Red Hook? John O'Leigh? Charlotte Marley? St. Thomas? Ponce? Wo ist denn Ponce? Ponce ist doch von irgendwas die Hauptstadt. Puerto Rico oder so? San Juan? Doch, hier, Ponce. Da ist es doch. Und wo ist Öst? Ach, das heißt nur die Neuen nach Osten. Oh. Siehste, so viel zu gut, nicht wahr? Die Neuen nach Osten führt uns nach Ponce. Ich seh die Zehn. Ich seh die Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, elf, zwölf, zweiundzwanzig. Ich seh aber nicht die Neuen. Warte, die Neuen ist wieder so eine ganz kleine Zubringer-Autobahn, nicht wahr? Die hier so ein Stück hier nur überwindet. Ganz bestimmt. Wahrscheinlich sind wir dichter an Ponce als ich denke. Wahrscheinlich sind wir sogar in Ponce. Ja, guck, die Neuen geht nur hier rum. Hier, das ist die Neuen. Die geht einmal hier durch. So eine Schweinerei. Geht die hier draußen noch weiter als irgendwas? Nö. Aber das ist nicht die Neuen Neuen, nicht? Hm. Aber ich seh sonst keine anderen Schildmarkierungen, nicht? Tja, da ist guter Rad teuer. Okay, wir fahren aber auf irgendeiner Straße, die auf diese Autobahn erstmal nur raufkommt. Portugüse. Okay, auf Höhe von Portugüse. Nicht, dass hier draußen doch noch eine Neuen mit Portugüse oder sowas da. Dann muss hier doch noch eine Neuen geben. Oder es zeigt nur an, dass es die die hier nach Portugüse denn ist. Dann wären wir hier, nicht? Okay. Wir fahren jetzt nach Süden. Und nach Süden kommt das hier. Das könnte sogar sein. Okay, wir fahren mal nach Norden. Da müsste ja die Kurve kommen. Ja. Da können wir nicht rauf. Er lässt uns nicht. Oder? Kann ich hier wechseln? Aber man sieht, hier kommt die Kurve, nicht? So, da steht Pons zur 10 dran. Okay, also hier geht es zur 10. Bedeutet, wir stehen. Tja. Wir sind auf der 10. Okay, wartet mal. Wir sind auf der 10. Dann stehen wir, warte mal. Das ist, nach Nordosten geht die weg. Und hier, wir sind eine ganze Weile nach Süden gefahren, nicht wahr? Das heißt, wir können hier nur hier irgendwo dann sein und eine Straße, die nach Nordosten abgeht, wäre erst hier wieder. Können wir in die Reihen? Nein. Steht da irgendwas dran? Nö. Und hier kommt gleich eine zweite Straße. Ja, das ist die Stelle, oder? Dann müsste jetzt noch eine Straße nach rechts abgehen hier hinter. Tut sie. Ja, das ist die Ecke. Die Straße ist aber zu, aber sie existiert. Und dann drehen wir nach nach Norden um. Sieht korrekt aus. Und dann wieder noch weiter. Boah. Bin ich das echt alles gefahren? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hätte hier so gedacht. Aber ich würde das Risiko eingehen jetzt. 3,94 Meter. Krass. Hätte ich nie gedacht, dass wir so lange gefahren sind. Okay. Bin selber von mir erstaunt gerade. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Wir haben es wieder geschafft. Och. Wir waren auf Isle of Man. 10 Minuten. Wir waren 8 Minuten Reunion und auch 9 Minuten Puerto Rico. Guter Durchschnitt. 26 Minuten. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.